Wir lernen Lesen, Schwimmen und Fahrradfahren. Wir lernen alles Notwendige für unser Leben. Aber was lernen wir zum Thema Geld? Wenn wir uns ein Auto kaufen, kennen wir die verschiedenen Modelle, haben eine Vorstellung der Ausstattung und vergleichen die Preise. Aber kennen wir uns auch beim Geld aus, welches wir für den Autokauf benötigen? Wir investieren Zeit und Geld in unsere Ausbildung, für einen besseren Job, mit einem besseren Einkommen. Für Geld zu arbeiten, das können wir. Aus welchem Grund lassen wir dann das Geld nicht auch für uns arbeiten? Die Welt schrieb dazu in einem erschütternden Bericht, die Deutschen sparen sich arm. Bei der Geldanlage machen sie so ziemlich alles falsch. Das kostet Rendite und schmälert den Wohlstand. Wieso tun wir uns ausgerechnet beim Thema Geld so schwer einem ganz entscheidenden Bestandteil unseres Lebens? Die Antwort gibt eine repräsentative Studie. Die Deutschen haben von zwölf befragten Euro-Ländern die geringste Finanzbildung. 53 Prozent der Bundesbürger geben zu, keine Finanzbildung zu haben. Das sind umgerechnet 35 Millionen Erwachsene. Das Thema Geld wird in unseren Schulen zu wenig oder gar nicht gelehrt. Dies ist der Grund, warum sich rund 80 Prozent unserer Bevölkerung durch schlechte Finanzprodukte regelrecht arm sparen, ohne es zu merken. Das schmälert den Wohlstand jedes Einzelnen und es hat Folgen für uns alle. Von Banken und Versicherungen bekommen die Menschen dabei wenig Unterstützung. Denn mit der Unwissenheit der Bevölkerung lässt sich viel Geld verdienen. Die Ascent AG folgt einer grundsätzlich anderen Ausrichtung und Vorgehensweise. Seit über 20 Jahren basiert das außergewöhnliche Geschäftsmodell auf Weitergabe der fehlenden Basisinformationen in Sachen Geld und deren Umsetzung. Ascent tut dies in Form von unterhaltsamen und leicht verständlichen Vorträgen. Für 8 Euro bietet es den Menschen in Deutschland eine Informationsplattform zum Thema Geld. 78 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass Finanzbildung in der Schule vermittelt wird. In Zusammenarbeit mit der jeweils regionalen IHK macht Ascent genau das auch direkt in Schulklassen und wurde 2013 vom Deutschen Bildungspreis als Exzellenzunternehmen ausgezeichnet. Über 500.000 Menschen haben die Vorträge bereits besucht und 95 Prozent der Besucher halten es für wichtig, diese weiter zu empfehlen. Nutzen auch Sie die Informationsplattform für sich. Denn Wissen ist Geld. Das war's für wichtig, 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 das war's für wichtig Untertitelung des ZDF, 2020